Kriegst das? Was ist denn das? Ah, da braucht die Axt. Haben wir nicht. Ui, nur eine Axt bauen. Ach je, okay. Dann hier. Helmsche. Süße. Hm, den müssen wir noch ganz schön ausrüsten. Fester Rucksack. Das ist der größere, wenn mich nicht alles täuscht. Zack. Bogenschütze bist du nicht. Du bist kein Bogenschütze. Was kannst du denn eigentlich machen? Koch, Schmied, Tüschler, Müller, Jäger, Fischer. Äh, Jäger. Weißt du was? Du kriegst mal das Ding. Wo kommt denn der hin? Da. Jetzt braucht der. Der braucht was zum Baum fällen. Der braucht eine Weste. Ja, Baum fällen und Weste. Dann machen wir das. Und... Das haben wir gleich, siehst du? Und dann war's, dass das eigentlich, oder? Ja. Komm mal her, Kollege. Das bist du, ne? Die müssen sie erst bauen. Guck an. Die müssen sie bauen, kriegst halt schon mal das. Und dann warten wir mal, bis es fertig ist. Wenn wir jetzt für diese Weihnachtssachen, die wir haben, oder diese Halloween-Sachen, dann ist das natürlich auch blöd. Weil dann das, was wir bauen können, das ist nicht wirklich viel. Nicht wirklich standhaft. So. Äh, das ist zwei. Hey. Ganz zwei. Da kommen sie noch hin. Ähm. Da müssen wir das mal so machen. Na. Zwei und dann drei. Na komm. Drei. Bitte, schießen. Was schmeißt denn der da? Der hat ein Buch geschmissen. Der hat ein Buch geschmissen, du. Zack, zack. Ja, ihr kriegt auch irgendwann Bier. Der ist mir schon klar. So. Das bitte weg. Aber es ist wieder hoch, es ist immer noch Nacht. Äh, achso, jetzt haben wir nur einen. Nur noch einen bauen. Fertigen. Wir müssen noch einen bauen. Können wir das eigentlich jetzt schon? Was hat denn da gefehlt? Ja, können wir. Wieder bauen. Okay. Das soll sich jetzt noch stehen, bis, äh, das Ding da fertig gebaut ist. Einsammeln. Ich will jetzt nicht, dass das da rumsteht. Pfeile, das Ding. Ist denn hier unser Axt? Jawohl. Zack. Besser können wir den nicht abstatten, jetzt aktuell. Ja, ja. Krieg die Tüte ein. Hier wird gebaut. Konstruktion. Bist du fertig? Nee, noch nicht, aber gleich. Schneiden bitte. Okay. Hier, da, hier. Du kannst da unten mit in die Farm kommen. Das will ich jetzt nicht töten. So, das ist fertig mit bauen. Ist also auf dem Weg zum Lager. Wahrscheinlich die. Nee, die hat Pfeile. Oh, er ist ja über richtig. Dürfte gleich da oben ankommen. Wahrscheinlich hat er es dabei. Sieht so aus, ne? Das sind die größeren Rucksäcke. Nee, der hat es nicht dabei gehabt. Leute, wo habt ihr es denn hingeschafft? Oder liegt es noch da unten? Hm? Liegt es noch da unten? Alter, jetzt, endlich. Zack. Er bringt es hoch. Okay. Äh, äh. Komm runter. Alter. Entschuldigung. Ihr macht jetzt aber keinen Schnack, oder was? Komm runter, sag ich. Wir müssen das halt so machen. So. Okay. Haben wir das. Jetzt schauen wir mal schnell in den... Ja, das ist das Kochen. Und hier, ja gut, da haben wir den festen Rucksack. Da haben wir das. Das haben wir schon gemacht. Quadratische Fenster, ja. Wie viele von denen haben denn so einen Rucksack da drauf? Der feste Rucksack. Der hat gar keinen. Also eins. Zwei. Drei. Vier müssen wir machen. Vier feste Rucksäcke. Fertigen. Vier. Haben wir sogar noch einen. Also noch drei. So, bitte bauen. Da könnt ihr nämlich auch gleich mehr tragen. Okay, das macht er. Alles klar. Stein haben wir da jetzt nicht mehr viel. Das sieht natürlich ja blöd aus. Ich weiß. Die hinteren ersetzen. Die hinteren ersetzen erst mal. Wir brauchen unbedingt davon noch welche. Da haben wir halt nicht so viel, ne? Dreißig Stück, bitte. Jetzt haben wir hier so einen Kollegen da drin, ne? Die ganze Zeit kam sie nicht. Die musste ich fangen. Da unten sind sie. Was kommt denn jetzt? Da wieder. Der kocht. Einfach mal so halt, ne? Okay, habt ja mal richtig was zu tun jetzt, ne? Die ganze Zeit hat es nämlich da geschliffen. Geschliffen hat es. Ja, okay. Ganz klar. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich hier unten aus? Dann müssen wir hier auch ein bisschen weiter gucken. Ich glaube, den könnten wir mal töten und dann hier den ganzen Schiete da unten einsammeln. Pass mal auf. Da kommen wir ja da dran, ne? Ich hoffe. Komm. Ab. Jawohl. Oh, einer? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Alter. Ja. Wehe, der stirbt mir jetzt da weg. Mach mal Licht hier, bitte. Haben wir da viel zum Einsammeln, aber da oben ist schon wieder Nacht. Tschö, die, die, die. Wo sind sie denn? Kommt niemand, ne? Wir hören zwar die Musik, aber kommt niemand. Wie geht das mit dem wenigen Licht da draußen? Mächtig auf den Senkel. Können wir dann Licht draußen bauen? Eine Wandlaube brauche ich jetzt nicht. Hier haben wir nämlich schon. Licht draus. War da nicht irgendwas? Müssen wir noch ein Stück Treide holen. Blumen kann man draußen hinsetzen. Aber hier war doch was mit Licht. Sind das die? Stehlampen? Oder sind die nur für innen? Eine dekorative Stehlampe. Eine dekorative Stehlampe. Das ist, äh, ein Kürbis. Der leuchtet doch, ne? Kann man für Beleuchtung nutzen. Das testen wir jetzt. Machen wir da was hin. Damit wir hier mal was sehen. Nein. Dann halt, äh, nee, lass mal. Ich will das jetzt wissen. Na, ein bisschen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Dann klicke ich auch noch drauf und dann ist er wieder weg. Kommt niemand. So, dann. Bitte. Da ist eine Leiter. Da waren wir auch irgendwie schon. Den ganzen Shit als hier Raubbau wieder einsammeln. Wir brauchen das nämlich. Das ist Kohle, glaube ich. Kriegt ihr das dahinter, dass ihr da rauskrabbeln könnt? Nee, können sie nicht. Weil ich habe ja hier das Ding da weggemacht. stürzt nicht ab. Wo ist eigentlich der, der sich selbst seine Brücke jetzt bauen kann? Oder seine Leiter, oder was das war? Das kommt da natürlich auch nicht mehr hin, ne? Nee. Steinbrücke. War mir das schon? Sagen wir mal ein. Ja, da waren wir schon, aber haben wir hier irgendwas getötet? Auf jeden Fall haben wir hier noch irgendwas abgebaut. Kommt hier da auch noch hin? Aber hier ist viel. Ja, kommen sie hin. Ich muss euch aber das nochmal verlängern, sonst kommen sie nämlich nicht mehr zurück. Kriegt da noch was, was Kohle? Wer muss die Kohle da noch? Sie müsste nicht mehr hin, ne? Oder? Nee. Müsste nicht mehr hin. Die gucken nur ein bisschen doof. Geht mal wieder zurück. Hier, können wir hier mal weiterbauen. Vorher auf den Blick ersetzen. Jawohl. Da noch, bitte. Das ist mir nett. Oder halt so. Ne. So halt. Ist halt so, ne? Kann man den da hinten jetzt vielleicht Kerde ersetzen? Dann sieht es mir nicht mehr ganz so geschissen aus. Ja. Wie sieht denn das hier aus? Können wir das irgendwie machen? Hinteren Blöcke ersetzen? Haben wir nicht mehr viel, ne? Hinteren Blöcke ersetzen. Wie viel Wasser haben wir eigentlich noch? Hä? Nix mehr. Die Frage ist beantwortet. Ups. Sorry. Hä? Ne. Geht das jetzt nur so, oder wie? Die Werke dürfen? Ja, 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 ja. Gut, das ist ja jetzt wurscht. Aber dann kommen die da, glaube ich, nicht dran, ne? Ne, angeln war es, ja? Wir machen es erstmal hier. Warum bitte? Nein. Dann, halt auch. So, zack. Dann, Wasser sammeln. Das dauert ja wieder ewig, bis die das dann wieder gesammelt haben, weil die dann nicht tauchen können, oder manche halt nicht tauchen können. Jetzt haben wir hier wieder Wassernotstand. So, wie viel der dann gleich weggenommen wird, ne? Schon übel. Das ist schon übel. Und bevor wir da wieder nicht angeln können, müssen wir da mal geschmeidig Schnee nachschütten. Kriegt man das eigentlich so hin? Äh. Geh. Na. Hinter, ne. Baue Blöcke. Geht das eigentlich auch so? Ne. Geht nicht. Das geht nicht. Schneiden. 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 Zwölf Stück. Vorderen. Jetzt haben wir hier drei. Vorderen. Ah, hier haben wir es wieder, ne? Die bringen den Schnee runter und nehmen den Schnee wieder mit hoch. Ja, das sind die Bugs. Das sind die lieben Bugs, die sie bis heute nicht irgendwie behoben haben. Ähm, wo sind denn? Da sind sie. Fester Rucksack. Das ist ein normaler Rucksack. Da kriegst du auch einen größeren. Das ist auch noch ein normaler. Okay. Können sie mehr tragen. Dann holen sie das Wasser da halt nicht hoch, ne? Na, er jetzt halt. Komm, noch ein bisschen. Komm. Oh, der ist, der ist, der sieht ja gar nicht gut aus. Das Werk auswählen. Ähm. Weg. Weg. Das war der Kampf vorhin draußen wahrscheinlich. Weg. So. Schon wieder, Angriff soll. Es ist schon wieder Nacht. Es gibt es doch nicht, du. Dann können wir noch etwas bauen. Vorderen Blöcke. Können wir das natürlich so lassen, ne? Wir könnten das so lassen. Und nicht irgendwie jetzt wie hier unten, weil das ist ja da oben ein bisschen stabiler. Oh. Na geil. Okay. 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 Dann haben wir das. So. Alles klar. So. Und ab geht's. Wieder da hochhüpfen. Das war's. Kommt der nächste Junge. Du hast keine Chance. Zack. Wenn ihr einzeln kommt, sowieso nicht. Ist ja wie in den alten Bud Spencer-Filmen. Die kann auch immer einzeln. Dann haben sich dann die Keller abgeholt. Das war's. Oder was? Das sieht so aus. Das ist das wahr. Wie sieht's hier aus? Okay. Nicht ersaufen, ne? Nicht ersaufen, Alter. Nimm doch mal das Ding. Kannst du nicht schwimmen. Die sieht immer aus, als ob die komplett nackt ist. Was ist denn hier los? Wieso hatten die? Eisenspitzsacke? Eisenspitzsacke. Wieso hatten die da nur? Warte mal. Die hat auch keine Schuhe. Ist die da irgendwie draufgegangen oder so? Also die braucht eine Rüstung. Schuhe. Was geht denn hier? Das ist natürlich... Das ist ja blöd. Die braucht Schuhe. Ah, Stahl. Kommen wir da mit den... Die Lederschuhe nicht. Die braucht das. Und... Welche Schuhe können wir denn... Haben wir nicht... Wir haben ja nicht schon die kräftigeren Schuhe oder sowas in der Art. Sind denn das... Nur die Lederstiefel kann ja nicht sein. Oder doch? Kriegst halt Lederstiefel. Können wir stehen, Alte. Das Werk auswählen. Ausrüsten. Haben wir hier schon was automatisch. So, einmal das bitte. Einmal das. Wieso hat die das nicht? Können wir nicht schon... Können wir nicht schon... Können wir nicht schon... Wieder auch weg. Das nervt nämlich da. Dann schießt vorbei... Und erst mal hier ein Kollegen droht, ne? Alter. Aber zum Glück sind das keine Feuerpfeiler. Ey, wenn du nur so triffst... Dann kann das ja nichts werden. Und das hat gedauert, du. So, jetzt einmal hier noch eine Lage. Nein. Dann sollte das passen. Okay, die Musik setzt ein. Wie sieht's? Wir brauchen jetzt hier... Ja, es ist immer noch... Was kommt da eigentlich noch? Die Fenster. Soll ich jetzt mit Absicht da irgendwelche Fenster reinmachen? Eckische. Weil das letzte Mal haben wir nämlich die Runden gemacht. Weil wir nämlich skillen mussten. Ich könnte natürlich da ein Loch... Ne, ein Loch kriege ich da ja nicht rein. Um vor fünf. Was fehlt denn uns da? Glas? Ach, das geht wieder nur so. Also, wir müssen ein bisschen Glas machen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Keine Kohle. Die ist ja hier Mangelware, ne? Die ist hier Mangelware. Okay. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.